Was gab man OZ-Fight-Dose und heute im Baby-Vegeta-Rate? Ich begrüße euch gleich gleich zum Video, wir sind heute am Schrappmann. MAU TOXY UNCHEFFOXAS, HALLO! Starten Sie das Spiel? Starten Sie das Spiel? Wir haben wieder nicht ready gedrückt, Mann. Starten Sie das Spiel. Achso, achso. Let's go. Baby-Vegeta-Rates. Aber Baby-All-Oads. Hä? Einfach so'n Gohan! So'n Gohan! Falscher Raid? Nein, nein, nein. Wir nehmen die Körper ein, die Baby eingenommen hat erstmal hier an der Stelle. Maru! Yes? Ich erwarte Loops von dir. Du kannst die Loops, nicht ich. Ich? By the way, Leute, das ist alle Team Day 1, gell? Guck mal. Was ist? Ja, jawoll. Komm, die Luft, Graham. Äh, äh. Also mit Ultra Instinct, das war ja schon richtig lustig. Nein! Ja, Ultra Instinct war glaub' der schwerste. Weiß einer, by the way, was man bekommt, wenn man den schwierigsten Schwierigkeiten grad abschließt? Ich glaub' ein Titel oder sowas hieß das mal, oder? Ja, ich glaub' schon. Die Ölf, erste Runde geschafft. Let's go! Easy. Boys, der fängt an. Da war ich schon heiß drauf. Let's go. Oh, Maru, let's go! Gegen Super Baby und Gohan. Ja, jetzt komm. Zieh durch. Ich muss kurz die Cap richten. Jetzt zeig' mal, komm, zeig' mal die Loops hier. Die Loops. Zeig' mal die Baby-Kombos. Habt ihr da schon was? Habt ihr schon was drauf? Ja, Uwe, du kannst mit Kaunner Loops. Öff. Ach so. Öff. Ganz, ganz. Flüchtig. Ich hab nur Ranked mit dem gespielt. Ich war nur am Fluchen. Lief' nicht gut. Oder machen? Let's go. Alter, was für'n geiles Skin unsere Gegner Baby hat. Geil. Oh, Alter! Der nimmt dich! Maru? Der geht jetzt schon los, ey. Toxi? Okay, Alter. Ich fäng' dich an. Oh, Alter! Diese Maru Toxi poppin' off mit den Combos. Oh, Standard. Wir bekommen so'n Baby. Maru Toxi ist am komplett eskalieren. Er nimmt ihn mit. Er kann es nicht mehr werfen. Oh, er ist wieder drinnen. Alter, Maru, what? Ja, der nimmt den Alarm auseinander. Genau das will ich sehen, mein Freunde. Oh! Und jetzt kommt noch mal der andere Baby rein, Alter. Let's go! Wer stimmt, Steff, gell? Ja. Steff, focus mit der Pace. Da lässt sich keine Luft. Äh. Äh. Easy. Er ist noch mal auf so'n Garn. Jetzt kommt der, jetzt kommt der Lappen. Der Lappen-Gohan. Oh, oh. Oh, shit. Der pumpt sich erst mal auf hier. Weiß' glaube, es hackt. Komm, kommen sie alle, kommen sie alle. Aktivist Marken, halt so. Ja, Mann. Guck halt, dass du ein bisschen Leben generierst. Nice. Uuuuh. Jetzt drei Babys. Komm, komm, komm. Und jetzt auch noch mal drücken. Nice. Nice, easy, Leute. Ich hab das gefinished. Ich hab alles gemacht. Perfekt an, Steff, los. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Oh, mit Videl. Level 40. Komm sie alle. Einfach Videl. Direkt erst mal Mädels verprügeln. Super lab. Ich mein, das Ding ist halt. Mit drei Babys können wir vielleicht den Gegner schon Baby verwirren. Junge, wir nehmen die ganzen Assists an. Jeder kann Assists nutzen. Er weiß, was könnte halt sein. Du wirst einmal von der Ki-Attacke getroffen, direkt Level 3. Ja. Das war jetzt richtig ekelhaft. Nein. Was? Oh oh. Nein. Die Schaden, die die reinpfeffern ist schon ordentlich. Ja, Mann. Weißt du, sollten wir später Fertigkeiten ändern? Oder einfach bloß drauf? Ich überleg halt gerade auch. Ich glaub, ich würd schon sagen. Oh, ich wechsle. Also wir machen halt gute Damage, aber... Wechsle, wenn du willst, Deck. Ja, ich würd... Ja. Ich denk auch früher. Ah, Magus. Legende, Mago. Let's go! Zeig was! Dankeschön. Hä? Heißer. War das die Ulti? Ja! Ciao. Oh, Alter. Ich komm wieder raus. Er sagt, er ist tot. Alter, pass auf! Mann, wie sieht mein Baby so hetzlich aus? Ich dachte, das wäre einer von Leuten. Hey, hey, hey! Hörer, du S***, ey! Oh no, Maru! Nice. Hol die raus, komm! Maru, was machst du? Lol. Lol. Das war's komplett schade. Hey. Ich hab gedacht, ich könnte Bob faken, aber der steht einfach hinter mir. Alter, was ist jetzt los? Du... Ey, die hat nichts mehr. Komm, hau die weg. Ey, die ist level 40, ey. Ey, wir kacken jetzt schon zu hart ab. Äh. Komm, komm, komm. Gehen. Oh, don't have me from MVP. Weg, 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 weg. Oh, die place. Die place. Gohan, er ist gerade richtig. Er sagt, wie hast du's brauchen, hast du wieder Elbis. Oh, ich lebe's raus. Hey. Ey, was geht ab? The changes. Nice. Komm, nur noch Baby. Komm. Maru, hol ihn. Baby, komm her. Der hat noch Sparking Mario auf. Was? Schade. Das sieht jetzt schon so krass aus, als wenn wir schon... Ja, komm, komm, komm. Der will nicht schaden damit, ey. Uuuuh. Ho. Oh, nice, 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 nice. Das ist, dass er nach Ulti rein. Dann hat's ja tot, ey. Wir werden das mal so probieren, okay? Sechs mal. Superboot, C18 und Krellin, alter. Hör doch auf. Krellin pumpt bestimmt alle mit Sensobohnen voll. Hm. Hm. Krellin. Jetzt kommt er schon Level 70, ey. Let's go. Krellin C18, Baby ist auf 70. Welches Level sind wir eigentlich? Haben wir überhaupt ein Level? Wir sind Level 0. Das ist hier die Frage. Komm, Maru. Zeig was. Ja, let's go, komm. Einsatz. Lass mal die Loops sehen, komm. Die Loops. Ist doch ganz hart geübt. Probier's, Mann. Du musst mir nochmal erklären, komm, hau raus. Ich probier's gleich. Okay, komm. Kreis. Seite X. Oh, schau, verkalkt. Nur weil er nicht auf dich gehören hat. Nice. Nice, the grabs. Boah, aber blöd, Mann. Nice. Nice. Sehr schön. Oh. Ist das Maru Toxin mit dem Kreis? Day 1-Kombo solltet. Day 1-Kombo solltet. Oh, da hab ich nervös gemacht. Was machst du? Oh, nein. Du wolltest nicht. Einfach falsche Richtung. Hä? Hab dich nervös gemacht, ey. Wow, 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 wow. Jetzt ist aber los hier. Wer von euch hat den C erstes? Ich. Wir haben doch A, B, C genommen. Er hat verwirrt, wer wer ist, gerade. Okay, okay, ja, schon drauf. Nice, Maru. A, B, O dazu. Vorsicht. Klock, Klock. Nice, nice, nice. Okay, okay, okay. C18 wird's wissen. Nice. Ja, ja, ja. Komm. Oh, das ist lustig, die Switches. Dieser Maru, wie agg, wie frech der ist. Ey, der spielt so frech die Maru. Die junge Leute, ich fühle das, Alter. Concentration. Ja, ja, voll. Und das hat... Rier, nicht am Rad. Cal me, Carney, Ahora, mitreiß. Oh, Yoj. Einfach Raw��v3 gegen Maru Toieri. Hier die legende. Was desendem ... Was desendem leider im Thor? So gut wie quaint der kriegt seinemucking- Erzählt was unten. Du hast doch Spaco. Wooohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho hohohohohohohohohohohohohoго. Ich switche jetzt mal aus der Kamera, Alter. Ich hole den wieder rein. Oh mein Gott, nein. Nimm, Sparking, Spark, Spark, Spark. Ich muss re-covern, ich muss re-covern. Maru, Spark doch! Steffkost, das geht nicht. Oh mein Gott, der macht einfach so schlecht. Shit, Alter. Schade, Mann, echt. Ich bin einfach direkt in Derrider mit rein gekommen. Oh mein Gott. Spark, Spark, Blue Life. Ja, nimm wieder, Blue Life wieder. Alter, wir haben 6, Kielmann, haut raus. Hey, beschwärmaru wieder. Wie viele Drang-Bots haben wir? Hä? Guck mal. Wie viele haben sie? Ich weiß nicht. Warte, ich guck mal, die Drang-Bots. Oh, nur noch 2 fehlen. Aber der ist tot bis dahin. Zweimal Auto-Combo. Aber Krillin ist tot bis dahin. Oder ich. Ja, kack doch. Schade, 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 schade. Egal. Lass zu verbleiben oder Gesundheit, Regen, Teil, Absorbation und Angriff. Ja, let's go. Let's go, Maru. Wer ist die erste von euch? Ich. 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 Hau rein, Maru. Ich. Ich. Euer Maru Toxi. Ciao. Es hat mir Spaß gemacht. Schöner Raid, haut rein, euer Maru Toxi. Believe it, let's go. Alter, der es geht komplett. Der tut einfach frech aufladen. Lol. Ey, der hat so eine Raw Level 3, ey. Oh. Die kickt den aber nie wieder. Hahaha. Komm. Nice, nice. Einfach, die holen die Jangboards für Maru. Let's go. Die haben schon 3. Alter, was ist mit dem? Der Psycho. Schön einfach sein. Ich schau euch grad aus dem D-Einsatz zu, Leute. Ja, ja, komm, komm. Oh, der nutzt Maru als Assist, der Penner. Das ist ja kleine Dreckel, Alter. Oha. Schon wieder, ey. Wie oft der Raw Level 3 reinhaut. Oder raushaut. Nice, komm, komm, komm. Wir holen die Jangboards für Maru. Maru. Vier haben wir schon. Ja, drei Stück fehlen noch. Nice, 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 nice. Was? Noch zwei. Steff, noch zwei in Jangboards. Nein. Nein. Lass mich da raus. Nein. Nein, lass mich. Hau direkt Raw Level 3 raus. Kann das echt machen. Was mach ich? Oh mein Gott, Steff. Halt durch. Was ist das? Nein. Hau. Ich hab's gut machen müssen. Ja, also. Ich hab's gut. Ja, zwei Drinkwolls. Nervös. Mann, lass dich doch von... Nein, 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 komm. Junge, machst du jetzt keine Chance dazu, Alter. Ja, 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 ja. Maru, wie ruhig ich zurück? Ich fach aber auf K, gell. Ja, ja, du brauchst Karte. Und dann? Jetzt nochmal. Nein. 7G. Und dann... Alter, no, 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 no. All durch, all durch, all durch. Let's go, komm. Du musst dir den letzten Wunsch geben. Wir gucken gleich. Welcher Wunsch? Sack, schnell. Oh Mann. Oh Mann. Viel Glück. Wo ist das? Links, links, links. In meinem Verbündeten zurück. Okay, hab ich, hab ich. Mal gucken, ob ich oder Steffi zurückkommen. Natürlich nicht ich. Was? Nein. Steffi, du bist zurückgekommen. Nein. Geil, Alter. Genau das. Genau das, Mann. Monkey Pop. Der ist überlebt. Von Ron, Junge. Wer ist zurückgekommen? Maru oder Ding? Ey. Scheiße, wir sind verloren. Ja, ich bin zurückgekommen. Ich bin zurückgekommen. Hä? Hä? Ach, komm ran! Du kannst tauschen. Du kannst doch tauschen. Mitten können, oder? War das nicht so, dass man dann daneben tauschen kann? Was denkt er sich? Was denkt er sich? Es ist mitgerupt, leider. Nein! Der hat wieder leveled rein. Du bist viel zu kritisch. Wachst du aus? Ich wechsle aus, Chef. Hau rein. Euer Maru-Toxi. Hä? Komm, Chef. Komm, 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 komm. Ich hab gut blue life. Das ist Maru. Wer ist das? Oh, Maru! Guck mal. Du press, Alter. Jawoll, Jungs, Alter. Ey, wir haben fett Maru zurückgeholt. Aus dem Jenseits wie der Berg, Alter. Alter, diese Raw Level 3 war so mit Schmack jetzt, Leute. Ich hab die so gespürt. Ich hab die so gespürt. Alter. Oh mein Gott. Okay, dann fang du an. Dann fang du an. Dann fang du an und versuch ein bisschen Zeit zu spielen. Mhm. Let's go, Jungs, let's go. Ja, dann mach ein Wurf bei mir war's grad auch so. Ein Wurf mit dem Tuch. Ich hab das nur noch Zeit zu spielen, ja. Jungs. Wer immer was geht, Alter. Ja, Mann, der ist Baby is lit, Alter. Ja? Let's go, Einsatz. Bei Ultra Instinct sagten wir das auch immer. Der versucht wie ein NPC zu denken. Geht in den Kopf von Baby Computer rein. Der hat schon direkt spartengezündet. Jawoll. Der ist wieder komplett direkt. Nice, nice, halt dich einfach hoch. Oh nein. GG. Das war Zeit. 10 Sekunden. GG. Wir müssen schnell Vorkas holen wieder mit Dragon Balls. Komm mal raus. Oh, keiner weiß, ey. Oh. Oh. Jetzt kommt Ulti. Ich steck grad drin jetzt die Pyke an. Einfach. Ach was. Ich opfere mich gerne vor der Skation. Das gibt's doch nicht, Alter. Nice. You missed. You missed. You missed. Ich muss aber Sparkle gehen. Oh, nice. Was war das gerade? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Ohhhh. 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 Alter, ich zieh schaden. Einfach so wenig. Ey, du hast aber gut echt lebensig bekommen. Das ist echt. Danke, Maru. Ohhhh. 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 Du grabst. Nice, 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 nice. Gohan ist gleich weg. Start. Ohhhh. Ohhhh. Ich schaff zu wechseln. Pass auf Rollo drauf. Pap Psycho. Ja, siehst du? Siehst du? Ich block dich. Direkt, ey. Nein. Was? Das ist keyflip, Alter. Ich wechseln. Ich muss wechseln. War cool. Ich kann nicht wechseln. Nice. Was? Nämlich so richtig konzentrier dich an. Nice, 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 nice. Das Gohan ich wegbekommen hab, Mann. Pass auf key. Kommt schon zurück. Das war's. Schau mal, weil ich es einfach nicht überrascht. Komm, komm, komm. Halt durch. Ich versteh nichts. Wo bin ich? Kann ich auch mal wieder compute. Einfach Raw Level 3 machen. Einfach mal. Einfach mal. Ja, kann man auch machen. Ehrlich. Nein. Wechsel, wechsel. Achtung. Oh mein Gott. Ich bin's ganz. Hast du dich hier deportiert? Ja. Wechsel mal. Du willst ihn leben. Nice. Wie knapp. Ich hab gut Blue Life. Wir haben vier Dragon Bots. Oh. Ich dachte, du hättest mich reingetraut. Nice. Nice. Der hat wieder... Ding. Okay, der hat zwei drei. Er wechselt. Wie so'n Hoppelhase. Wie so'n Hoppelhase. Was? Der Computer so was wissen kann, ne? Komm. So, den Gohan nehme ich raus. Nice, 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 nice. Oh je, oh je. Du bist drin, gell? Uh. Sehr schön. Es reicht aber nicht. Nee, nee, reicht nicht. Aber du bist 100, man. Ist gut. Ich hab auch gut Leben regeneriert. Ja mein. Oh, beide. Oh nein. Ich glaub jetzt kommt Ulti. Der hat sieben Key. Ja. Oh nein. Gohan hat noch Leben. Hat noch Leben. Oh, was denn? Woho. Boah, hab ich mein Key geladen. Ich muss wechseln. Aber wie close das gerade war. Komm, komm, komm. Lass ein bisschen Key sammeln, dass wir die Level 3s drauf haben. Oder es sterft wiederbeleben. Guck mal, aber Baby hat auch nichts mehr. Komm, wir müssen uns aber auch wegen der Zeit beeilen. Ja, sowieso. Aber das schafft er. Oh, da kann er. Block. Du kommst grad noch mehr. Nein. Ich komm nicht, ich komm. Was? Nein, Digga. Komm. Ich konnte nicht mal. Nein. Es war so dumm. Mach Autocombo durch. Ja, okay. Jetzt nur noch Trunks. So, ich versuch noch zu beleben. Wie viele Jungle? Was haben wir? Doch, wir hatten grad vier. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Autocombo Connected ist okay. Ja. Nice. Nein, hast du Autocombo. Okay, dann hat mich schon. Egal, egal. Mach's besser dort. Och, Mann. Der Vater ist ja bei Trunks, der hat nicht so eine ewige Dinger-Combo. Äh, Level 3. Fendis. Ja, crazy mal, Alter. Oh, okay. Kamp 7, Leute. Was? Ob wir das schaffen? Oh mein Gott, Digga. Ciao, Leute. Super, Baby. Zwei Brody, Bardock. HDF, Digga. Wieso sind Brody und Bardock einfach da? Okay, ich mach an. Komm. Let's go, Leute. Believe it. Kaze würde sagen, believe it. Ihr müsst belieben, Jungs. Wir grüßen die Legende Kaze, wo auch immer RSC sein mag. The one and only. Jetzt wieder Nacht essen. Irgendwo in Frankfurt. Ja, Mann. Leute, erstmal Schluck nehmen. Konzentrieren. Leute, die letzte Runde. Einfach Z-Tier-Team, Alter. Z-Tier. Let's go. Schreib mal, Baby. Day one. Boah, ich bin warm. BG-Eater. Oh, nothing. Are you ready? Oh mein Gott, er hat gecallt. Korrekt. GG. G-Eater. Oh mein Leben. Ich bin hinter ihm. Ja, ich triff dich. Junge. Bardock hat mich doch reingekickt. Oh. 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 Glock. Ich bin getroffen. Ich block doch, Bruder. Otto. Was geht hier? Ey, Feuer, Maru Toxi. Let's go. Nice damage. Nice damage. Neben. Einfach die Kugel hin und her schieben. Der macht jetzt wieder. Nein. Ich bin schaden. Ich bin tot. Ich war doch gerade full live, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf dich spielen. Ich hab keinen Bock mehr auf dich spielen. Auf geht's, Steff. Beliebe. Sparking Last Man. Das war's, euer Maru Toxi. Oh, Mann. Euer Maru Toxi. Tschau. Haut rein, Leute. Euer Maru Toxi. Tschau. Tschau. � Maru Toxi. Ach beans. Oh. 해야與.